Ich habe das Gefühl, dass das Orchester wahnsinnig offen ist und wahnsinnig freudig, dass jetzt jemand Neues da ist mit neuem Schwung, mit neuen Meladen, mit neuer Energie und ich persönlich mag ihn jetzt schon sehr. Also ich finde die Menschlichkeit wahnsinnig sympathisch, aber auch musikalisch unglaublich inspirierend. Ich fühle mich total geborgen in seinem Dirigat. Ich weiß ganz genau, wann ich spielen soll und wie es zusammenpasst. Es ist ein Gefühl, dass es einfach richtig ist von der ersten Sekunde an. Er hat uns auch am Anfang gleich gesagt, dass sein Dirigentenstock klingt nach nichts, wenn wir nichts mitmachen. Ich weiß ganz genau, wann 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 wir nichts mitmachen.